Ab zum Jammer. Angeln am Jammer. Richtig, richtig cool. Da geht immer einiges auf verschiedenste Köder, wenn man ein gutes, passendes Setup hat. Also, Angeln am Jammer ist etwas tricky, denn wir haben hier verdammt starke, kampfstarke, große Fische, aber eben auch sehr scheue, kleine Fische. Und wir müssen so ein bisschen den Spagat hinkriegen, dass wir nicht viel Scheuchwirkung mit unserem Setup erzeugen und trotzdem genug Tragfähigkeit, damit wir diese kampfstarken Fische rausziehen können. Beste Uhrzeit übrigens gerade jetzt. Es ist kurz vor vier. Das ist die beste Uhrzeit, hier hinzureisen. Immer bedenken, Reisen zum Jammer kostet fast 100 Silber. Die Kohle wollen wir natürlich wieder reinkriegen. Dementsprechend lang und ausgiebig sollte man hier natürlich auch angeln. Wenn man jetzt nicht genau weiß, wo man hingehen kann, es gibt so ein paar Stellen, die sich immer wieder lohnen. Ich würde sagen, fast eine der wichtigsten Stellen ist hier oben auf der Spitze. Das ist I4. Wenn man da oben auf dieser Spitze steht und dann hier so in diese Area vielleicht wirft, ist das immer ganz praktisch. Gerade wenn man mit einem Anfänger-Setup unterwegs ist, nicht unbedingt hier hinwerfen, weil die Strömung kommt von da oben. Und zieht schwere Brocken natürlich nochmal schwerer in diese Richtung und dann kann es irgendwann eng werden am Ende. Also grob hier, wenn man in diesem Bereich dann hinwirft und hier in dem Bereich steht, sensationeller Spot. Andere Möglichkeit ist dann hier in diesem Bereich, dass man dann hier so in diesem Bereich angelt. Man steht dann ungefähr hier. Auch das funktioniert immer wieder gut auf D5 und wirft dann hier in den 2,5 Meter Bereich. Dann gibt es natürlich noch so kleinere Stellen hier vorne im Bereich vom 3 Meter. Hier unten geht es immer wieder ganz gut. 3,5 Meter Loch hier mal oder hier so in dem Bereich. Also das sind so, ich sag mal, die wichtigsten Stellen. Und eine weitere Stelle, beziehungsweise hier in der Mitte kann man sogar auch noch. Genau, da wirft man so in Richtung der Berge, die man hier so sieht. Eine Stelle, die ich immer ganz gerne nutze, wenn ich nur mal so ein bisschen angeln will oder vielleicht nicht so ganz viel Zeit habe. Ich stehe hier vielleicht schon an dem Gewässer und werfe einfach dann nochmal so ein bisschen raus. Ist hier diese Stelle, weil sie ist direkt am Camp. Man muss nicht so viel latschen, was natürlich immer sehr, sehr praktisch ist. Und man kann mit seinem Setup hier einfach auf entspannt rauswerfen. Das heißt, man nimmt das Set einfach nur, vielleicht jetzt hier in dem Fall auch mit einem Spinner. Und dann kann man hier locker flockig durchkurbeln, einfach auf Spinning. Ich mach mal ein bisschen lauter jetzt hier. So, das heißt also, ja, einfach so entlang der Strömung mit dem Spinner durchziehen und dann gucken, was geht. Auch ich muss jetzt erstmal testen, welche Farben und welche Köder hier gerade funktionieren. Zack, oder auf welche Geschwindigkeiten und so. Also das muss man natürlich immer ausprobieren. Aber das geht auch schon gut los hier. Kamtschatka Regenbogen, schöner Fisch. Und das Gute hier, es gibt eben auch wirklich unterschiedlichste Fische bis hin zum Königslachs. Mehrfach schon, beziehungsweise regelmäßig ballern hier an der Stelle die Königslachse rein auf Spinner. Das Setup an sich zeige ich gleich nochmal. Super Setup für den Einstieg. Ein Setup, was man sich bereits im Low- oder Mid-Level kaufen kann, als nächste Stufe sozusagen zum Belaya-Setup. Das heißt also, wenn man das Belaya-Setup durch hat, beziehungsweise wenn man Belaya sozusagen schon dem entwachsen ist und sagt, ja, jetzt hätte ich gerne mal irgendwie so noch irgendwelche Hechte oder will auch am Kuori nochmal was rausziehen, dann lohnt sich dieses Setup. Ungefähr, ich sag mal erreichbar oder sinnvoll, ich sag mal schon mit Level 20 plus, 20, 25, so in dem Bereich, da macht das dann Sinn. So, ich teste jetzt nochmal hier ein bisschen verschiedene Köder. Hashtag 4 und wir landen genau bei den Ködern, die hier wichtig sind und zwar die Spiker mit 12 Gramm. Das sind hier die Top-Köder. Testen wir mal Grün, Blau, Grün, Rot, das sind glaube ich so die wichtigsten. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Hashtag 4. Also, Blau, Grün, Rot, vielleicht auch mal hier der Schwarze, durchaus möglich oder hier der 14er, der Schlüppi-Farben, ne. Auch das geht richtig gut. So, jetzt haben wir den Grün gerade dran. Maximal auswerfen und zwar dann entweder hier vorne so zu den Büschelchen oder so ein bisschen weiter rechts rüber und dann eben locker durchziehen. So durchziehen, ist ja klar, wie beim Spinning am Belaya, dass auch unten wieder Action ist an der Actionbar. Das heißt, das wiggelt, der Spinner dreht sich richtig schön entlang der Strömung hier und ja, er soll locken, das tun, was er, was er soll, der Spinner. Und dann muss man eben auch ein bisschen probieren mit den Geschwindigkeiten. Mal geht es richtig gut, eher langsam, mal macht es hier am Jammer, ja, ich sag mal schneller, viel mehr Sinn oder zwischendurch mal auch kurze Pausen machen. Das muss man eben einfach so ein bisschen ausprobieren. Recht wichtig ist, dass man auch weit rauskommt. Also hier ist es dann wirklich vorteilhaft, dass man weit rauswerfen kann. Und da kommen wir dann auch schon zu einem Vorteil dieser Route. Die Route hat ein recht geringes Wurfgewicht. Ganz wichtiger Punkt, man sollte mit einem geringen Wurfgewicht hier eigentlich hingehen, damit man eben auch kleinere Köder, funktionierende Köder richtig gut weit rauswerfen kann. Eine Serie, die auch immer wieder sensationell ist, ist hier auf 12, genau, die Type 1 12 Gramm auch schon wieder. Also auch das, super Serie. Diese Farben hier, die funktionieren auch sensationell hier am Jammer. Oder 15 Gramm, wenn man dann mal ein bisschen schwerer unterwegs sein will. Slimshot, auch die Serie, sensationell. Kostet gar nicht viel. Also man ist mit diesen ganzen Ködern hier relativ günstig unterwegs. Gute Haken natürlich drauf machen, das ist wichtig, dass man da mit einem vernünftigen Haken dann unterwegs ist. Hier haben wir jetzt einen passenden 1-0er zum Beispiel drauf. Muss auch nicht zwingend ein Puschel sein, aber ich habe jetzt für die, habe ich einfach mal noch Puschel drauf gemacht. Und diese dann einfach auch mal testen. Nichtsdestotrotz bleibe ich jetzt heute hier erstmal auf Spiker unterwegs und ziehe dann einfach die Spiker durch. Ihr seht, die fliegen richtig schön weit raus, fast bis ans andere Ufer. Das ist immer ganz gut und praktisch, wenn das so ist. Was beeinflusst die Weite? Natürlich auch die Rolle. Bedeutet also, man braucht eine Rolle. Ich sage mal, idealerweise ist es auch sowas wie eine 6.000er von der Größe. Was ich jetzt hier gerade habe, ist die Rolle, oder ich sage mal, eine der besten Allround-Rollen. Die HSV, die man, oder die ja viele auch für den Anfang schon gekauft haben. Wenn man quasi so auch mal in Richtung Karpfenangeln geht und Co., dann kann man natürlich auch hier die HSV zum Spinning verwenden. Sie ist vom Tempo her ganz gut, also von der Einholgeschwindigkeit. Sie ist von der Schnurkapazität natürlich sensationell. Und was eben das Schöne ist, wir können jetzt hier, wenn wir eh so leicht unterwegs sind, können wir auch hier ruhig eine Monoschnur draufpacken. Das heißt, wir machen zusätzlich noch recht wenig Verschleiß auf den Blank, beziehungsweise recht wenig Verschleiß auf die Schnurlaufringe. Weil die Monoschnur halt schön glatt ist und einfach locker durch die Schnurlaufringe durchzieht. Und ja, das ist halt der Vorteil. Was wir, oder wenn man jetzt hier mit Mono unterwegs ist, ist es ein bisschen tricky. Man hat halt diesen Gummieffekt und diesen Gummieffekt, da muss man dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr anschlagen, dass dann, ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, der war gerade so ein bisschen weich, der Anbiss. Und dann ging es halt immer mehr in die Actionbar rein. Das heißt, da muss man eben gucken, wenn der Biss da ist, dass man vielleicht doch nochmal extra den Anschlag setzt. So, bis jetzt ist es ganz okay, wenn ihr merkt, es sind viele Keterlachse, nicht unbedingt weitermachen und weiter durchziehen mit dem Köder. Es ist zwar ganz nett, wenn die Keters da reingehen und man fängt sich vielleicht so zwei, drei, vier Keters ein in einem Gewicht von, sagen wir mal, 1, bis 2 Kilo. Wenn man dann seine zwei, drei, seine drei Keterlachse hat mit mindestens 1,8 Kilo für einen Kaffeeauftrag, der ist halt häufig drin, dann reicht's. Dann muss man auch wirklich zusehen, dass man dann wieder einen anderen Köder nimmt, das heißt eine andere Farbe und dann zieht man halt mit der anderen Farbe durch und sieht zu, dass man da andere Fische triggert. Und zwar sowas wie, naja, nehmen wir mal den Rotlachs natürlich, den Silberlachs, das ist wichtig, den japanischen Saibling, das ist auch wieder ein ganz wichtiger Kandidat. Ja, es gibt einfach so ein paar Kandidaten, die kohlemäßig hier Dolly-Warden-Forelle auch richtig gut, zwischendurch gehen ja auch mal die Buckel-Lachse rein. Also es ist hier, genau, der japanische, es ist hier ganz gemischt, relativ selten die Lennox, da kann man vielleicht mit einem anderen Köder hin, aber grundsätzlich hier an der Stelle, man zieht halt hier an diesen Kanten vorbei. Das war die erste, hier hinten ist die andere Kante. Also hier an diesen Gewässerkanten schön dran vorbeiziehen und das ist halt der Grund, warum es auch hier so spannend ist. Gewässerkanten, da stehen halt häufig die Fische und wenn man dann da, wie gesagt, dran vorbeizieht, das haben wir dann einmal hier, gucken wir nochmal eben hin. Das ist, ja, können sogar hier diese Büsche her sein, genau, da oben hin und dann waren das hier unten die Büsche, dann zieht man quasi hier an der Kante vorbei. Genau, also das sind die beiden Stellen, ich ziehe jetzt nochmal hier so ein bisschen quer rüber, nehmen wir da oben nochmal hin, richtig schön weit raus und dann gucken wir uns gleich nochmal das Setup natürlich im Detail an. Ich mache mal jetzt ein bisschen schneller. So, einfach mal schnell durchziehen. Beim Blinkerangeln, das heißt mit dem Blinker kann man genauso durchziehen, 20er Tempo locker durchleiern, ungefähr, also um die 20 herum, je nachdem, wo dann halt die Actionbar Gas gibt. Ich mache das vielleicht einfach mal, nehmen wir hier mal den 12 Grammer in, nehmen wir auch nochmal grün. So, das heißt, wir schmeißen jetzt den 12 Grammer raus, fliegt halt genauso weit, locker durchziehen und dann gucken, an welcher Stelle flackert es. Hier noch nicht so ganz. Hier war so ein bisschen was zu sehen, genauso auf 32 und dann vielleicht auch einfach mal Pausen machen oder das Ganze mit Shift machen. 1, 2, 3, 4, 5, wieder eine Pause machen, wirklich also deutlich länger warten, auch als bei der Jig-Führung zum Beispiel und dann durchziehen. Jetzt bin ich schon sehr nah vorne hier, ich werfe nochmal aus, werfen wir mal nach da, so ein bisschen gegen die Strömung, dann sind die halt aktiver. Das heißt also, entweder durchleiern, ich gucke nochmal nach einer anderen Geschwindigkeit, da, da war doch was, genau. Also hier auf der 29 kommt er dann so richtig ins Wiggeln. Das wäre eine Möglichkeit, auch hier dann einfach die Chance, dass man sagt, okay, ich mache jetzt eine Pause, bisschen einfach wieder abtreiben lassen. Die können auch wirklich deutlich länger treiben, die Köder mit der starken Strömung hier, überhaupt kein Problem und dann einfach zack, wieder reingehen. Ihr seht, jetzt kommt auf einmal schnelles Einkurbeln, obwohl man einfach nichts macht, ganz normal, nur durch das Abtreiben lassen. Zack, wieder eine Pause lassen. Also wirklich schön lange Pausen machen. Also das kann beim Blinker, bei der Blinkerführung richtig gut triggern und dann die andere Möglichkeit eben rauswerfen. Genau, auch da einfach mal ein bisschen abtreiben lassen schon. Und dann kann man mit Speed, also mit Shift, einfach mal zack, 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 1, 2, 3, 4, 5 richtig schön durchziehen und wieder wegtreiben lassen den Köder. Und wieder zack, 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 1, 2, 3, 4, 5. Und auch hier wieder so ein bisschen treiben lassen. Auch da braucht man natürlich dann wieder die passende Farbe. Im Moment ist es mit der Farbe noch nicht ganz ideal. Grün scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Aber bis jetzt, ja, ich sag mal, geht es ja erstmal nur um die Führung und die Möglichkeiten, die man hat. So, gucken wir nochmal eben rein ins Setup. Ähm, das ist die Route, die richtig geil ist. Ähm, ich hatte jahrelang die, ähm, die Super Duty immer gerne empfohlen. Aber hier muss man sagen, ähm, die, ähm, Karma Mächter lohnt sich. Gerade mit dem Erscheinen des Yamas hat sich da natürlich auch so ein bisschen, ähm, die Sinnigkeit der Routen ein wenig verändert. Und der Routen, die man sich halt im Mid-Game zulegt. Ähm, wenn man diese Route dann eben auch noch im Endgame weiterverwenden kann. So für den Einstieg in das Gewässer. Das heißt, wir haben hier, und das ist das Wichtige, ein Wurfgewicht von 7 bis 30 Gramm. Richtig, richtig gut. 7 bis 30 Gramm. Das heißt, wir können so einen 12-Gramm-Köder super gut auswerfen. Oder hier diese 8 Grammer. Auch die kann man richtig gut auswerfen. Das geht schon richtig gut. Ähm, gucken wir nochmal eben hier, wie gesagt, nach den, nach den Spikern. Also, ich nehme jetzt mal einen anderen. Das war gleich mal auch einen anderen. Noch mal testen, eine andere Farbe. Nehmen wir mal, hat man nicht gerade blau? Ich nehme mal einfach den schwarzen. So. Also. Ihr seht hier Wurfgewicht. Wir sind schön ein paar Gramm über dem Mindestwurfgewicht. Das heißt, wir können mit dem Mindestwurfgewicht gut auswerfen. Je höher man natürlich drüber ist, umso weiter kann man natürlich dann auswerfen. Heißt also, hier mit 12 Gramm passt das richtig gut. Länge ist auch ganz gut. Das heißt, wir haben hier eine Route, die auch recht lang ist. Das heißt, auch dadurch können wir weit auswerfen. Dementsprechend auch nochmal wichtig, eine Rolle zu verwenden, mit der man gut auswerfen kann. Das ist hier die Kaliber HSV. Lohnt sich, wie gesagt, also eine richtig gute Allround-Route. Sehr, sehr gute Route für den Einstieg. Ich habe die noch nicht verbessert, sozusagen. Ich bin immer noch im Original, mit der originalen Bremse unterwegs. Man kann die ja aufwerten bis auf 17 Kilo. Dementsprechend hätte man jetzt hier, wenn man die auf 17 Kilo aufwertet, auch noch die Chance hier eine höhere oder eine groß- oder tragkräftigere Schnur zu verwenden. Ich hatte jetzt bloß keine, ich sage mal so eine um 15 Kilo wäre halt auch noch praktisch. Aber mir reicht das jetzt gerade. Ich habe jetzt auch 300 Meter Schnur drauf, 12 Kilo. Ist schon ein bisschen tricky. Sicherheitshalber, also wenn man merkt, man hat einen Spot mit großen Brocken oder man geht mit Blinkern dran, mit großen Blinkern, 25 Gramm Blinker so ungefähr, an so einen Spot. Dann hat man eben die Chance oder eine deutlich größere Chance, dass ein König reingeht. Dann auch natürlich schwerer vom Setup reingehen. Das heißt also, wenn ihr hart auf die großen Brocken aus seid, dementsprechend dann halt mindestens mal 15 Kilo Vorfach, 19 Kilo Vorfach, so in diesem Bereich. Und dann ist da aber auch schon, ich sage mal so eine Grenze erreicht. Man kann auch hier mit Mono-Only angeln. Man kann auch also komplett ohne Vorfach. Kann man auch gerne mal ausprobieren, wie das denn funktioniert. Vielleicht sogar, ich gucke mir das mal eben an, wenn man hier mit so einer großen Rolle unterwegs ist, man könnte sogar mit 9 Kilo, das wird aber tricky, ich mache das einfach mal, ohne Vorfach. Das heißt nur mit Fluro-Only, 9,8 Kilo könnte man auch machen. Man hat noch ausreichend Schnur. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verhält sich der Spiker. Ja, fängt sofort an zu wiggeln, hier auf eine 28. Bremse mache ich mal ein bisschen runter, dass da auch was reinrasseln kann. Zack, und da rasselt was rein, direkt auf Spannung. Und da hat einer auch direkt richtig Bock. Ja, sehr gut. Gut, also das kann man natürlich machen, aber mit dem Gewichtsbereich, also da ist man ja quasi schon im Ultraleichtbereich um die 9 Kilo, da kommt man auf jeden Fall häufig in die Drills. Kann man machen, man hat auf jeden Fall viel Action dann damit. Eigentlich nicht so schlecht, also wenn man da Bock drauf hat auf viel Action, bestimmt eine Möglichkeit, um auch hier so ein paar seltenere Brocken zu fangen. Guck mal, hier haben wir eine Dolly gerade dran. Sehr, sehr nice. Zack, 4 Kilo Dolly Waden. Sehr, sehr, sehr schick. Cooler Fisch, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, also, viele Möglichkeiten hier. Wenn es euch zu tricky ist, wenn ihr sagt, ah, lieber ein bisschen mehr Schnur drauf haben, nicht, dass mir da irgendwie was abreißt. Oder, ja, man muss laufen, ne, bei den großen Brocken muss man laufen. Man hat hier genug Fläche, gerade hier in diesem Mittelfeld. Man ist, man kann in alle Richtungen laufen, man kann die Fische müde machen. Also, da ist das überhaupt kein Problem. Nochmal eine kleine Dolly, scheint gut zu sein mit dem Köder, mit der Köderfarbe, ne. So, wieder schön ins Spinning rein, ein bisschen langsamer jetzt gemacht. Also, dass das Wiggeln unten ist. Ja, aber das ist, wie gesagt, ein gutes Start-Setup. Damit kann man halt gut anfangen. Man hat, wie gesagt, viele Möglichkeiten mit der Schnur. Ich glaube, da ist was dran. Ja, man hat viele Möglichkeiten mit der Schnur. Man kann Mono verwenden, man kann natürlich Geflochtene verwenden. Nachteil halt von der Geflochtenen, es ist mehr Verschleiß. Das Vorteil, man hat einen direkteren Kontakt zum Köder. Es ist nicht so schwammig. Wenn ihr halt jetzt so, wie ich hier mit Mono oder Fluo-Only unterwegs seid, nochmal nachhaken. Das ist nochmal wichtig, dass man dann, wie gesagt, nochmal mit Steuerung Shift richtig nochmal reinhaut. Und, ja, dann lübt das hier auch eigentlich ganz gut. Und, ähm, ich glaube, dann hat man hier für den Einstieg ein ganz vernünftiges Setup. Einen vernünftigen Spot. Wie gesagt, wenn ich hier zwischendurch mal stehe und einfach nur so halb AFK, auch einfach so die Köder durchleiern will, dann ist das für mich immer eine super Stelle. Zack, ihr seht, es geht einer rein. Ich kann hier auf automatisch einkurbeln stellen. Und dann lübt das hier ganz gut. Zack, nochmal angeschlagen. Und dann ziehen wir den rein hier. Schön in den 90 Grad Winkel auch rein. In den Blank der Route. Dass wir da den ganzen Druck vom Fisch in die Route reinlenken. So, nächster Brocken. Sehr schön. Und nochmal eine Kamtschatka mit 2,2. Joa, nicht schlecht. Ich ziehe jetzt hier gleich nochmal ein bisschen durch. Wichtig, wie gesagt, diese Zeit ausnutzen. Wir haben nicht so ein großes Zeitfenster. Das heißt, tags oder die helle Tageszeit, die helle Zeit der 24 Stunden komplett ausnutzen. Ähm, das ist halt wichtig. Ähm, 3, 4 Uhr Anreisedatum oder am besten in der Nacht hierher reisen. Ab zum Spotlatschen, dass man 3, 4 Uhr schon am Spot ist. Und dann schon anfangen kann, Farben zu testen, Köder zu testen. Und durchziehen. Und wenn ihr sagt, irgendwie läuft es nicht. In der Nacht den Spot wechseln. Zack, in der Nacht latschen. Das kann schon mal ein bisschen dauern, wenn man zum Beispiel von hier einmal quer rüber latschen will. Dann zum nächsten Spot gehen. Oder hier vielleicht zu einem Spot. Hier zu einem Spot. Stückchen für Stückchen. Ein Spot nach dem anderen. Ablaufen. Immer wieder in der Nacht erst irgendwie den Wechsel machen. Und dann so lange Köder testen, Farben testen an einem Spot, bis es lübt. Und normalerweise geht das auch ganz gut, dass man an jedem Spot hier, wenn man das Setup so fein aufgebaut hat, auch ein bisschen was fängt. Ihr seht, die Fische lohnen sich halt enorm. 4 Kilo, 2 Kilo, beides um die 30 Kilo. Äh, 30 Silber. Ähm, lohnt sich. Also, man kann hier gut Cash machen. Zack, Reisekosten sind schon wieder draußen jetzt. Und ab jetzt, kratching, alles in die eigene Tasche. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags